Er sieht nicht nur wunderschön und dekorativ aus, er steckt auch voller nützlicher und wertvoller Informationen für jeden Tag des Jahres. Der neue Antonias Sternekalender 2021. Wie er funktioniert und wie ihr ihn am besten für euch nutzen könnt, darum geht's in diesem Video. Herzlich willkommen liebe Community und liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie zu diesem Video über den neuen Antonias Sternekalender 2021, der nun erstmals erschienen ist. Das ist eine große Sache, so einen Kalender ganz neu zu realisieren und ich hatte ein super tolles Team, das mich dabei unterstützt hat, künstlerisch, redaktionell und auch astrologisch. Gemeinsam haben wir ganz viel Arbeit, Herzblut, Kreativität und natürlich viele wertvolle Informationen in den Kalender hineingesteckt. Und was da alles drin steckt, das erfahrt ihr jetzt. Der Kalender soll ein Begleiter für das tägliche Leben sein und deswegen findet ihr darin für jeden einzelnen Tag astrologische Tipps und die Deutung der Tagesenergie. Dabei habe ich in erster Linie darauf geschaut, was unsere Hauptgestirne machen, nämlich Sonne und Mond. Darüber hinaus fließen aber auch die Deutungen der übrigen Konstellationen in die täglichen Inspirationen mit ein. Außerdem findet ihr in dem Kalender die Mondphasen, die Sternzeichenwechsel und viele weitere wichtige Informationen, teilweise als kurze Texte, teilweise als Bilder. Wenn ihr den Kalender bestellt habt und auspackt, werdet ihr als erstes sehen, dass er sehr hochwertig gedruckt ist, sodass die Farben wunderbar herauskommen. Für jeden Monat gibt es eine Doppelseite mit einem schönen Monatsmotiv und einem Kalendarium mit den Tagesaspekten und Mondinfos. In den Kästchen für jeden Tag haben wir immer so viel Platz gelassen, dass ihr auch selbst noch was hineinschreiben könnt, zum Beispiel Geburtstage oder Termine. Die zwölf Motive für die Kalenderseiten erzählen alle Geschichten, passend zu den astrologischen Energien des Monats. Im Team haben wir gemeinsam diese wunderschönen Fantasy-Collagen kreiert. Das Motiv vom Februar mit dem prächtigen Saturn als Jahresherrscher und Herausforderer Uranus, die den Hauptaspekt des Jahres bilden, Das habe ich übrigens auch auf meinem Jahrbuch verewigt. Im Juni haben wir uns von der ringförmigen Sonnenfinsternis am 10. Juni inspirieren lassen, zu diesem spektakulären und mystischen Motiv mit dem Wasserfall. Im September haben wir anlässlich der Herbsttag- und Nachtgleiche Tag und Nacht in einem Bild dargestellt, durch die herbstliche Sonne mit dem Regenbogen, der in einen nächtlichen Sternenhimmel übergeht. Die Eule mit dem durchdringenden Blick vor dem geheimnisvollen Mond mit den Fledermäusen, das passt, finde ich, sehr gut zum November und dem Sternzeichen Skorpion. Sauberhaft schön finde ich auch unser Dezember-Motiv. Da haben wir uns inspirieren lassen von der totalen Sonnenfinsternis am 4. Dezember als Hintergrund, vor dem Santa Claus mit seinen Rentieren über den Himmel fliegt. Der Kalender bietet euch also nicht nur jeden Monat wertvolle astrologische Informationen, sondern auch ein wunderschönes Bild zum Anschauen. Eine Übersicht über alle Informationen des Kalenders gebe ich euch in der Legende auf der vorletzten Seite. Da findet ihr die Bilder der Mondphasen und der Planeten für den Gebrauch des Kalenders. Außerdem wichtige Infos zur Tagesstimmung, zu den astrologischen Mondzeichen, der Bedeutung der Planeten und einer Auflistung der genauen Daten aller Sternzeichenwechsel. Eine Besonderheit dieses Kalenders sind die Farben der Tagesstimmung. Da könnt ihr auf einen Blick sehen, für welche Vorhaben ein Tag geeignet ist oder überhaupt wie die allgemeine Stimmung ist. Bei der Vorbereitung für den Kalender haben wir uns die Aspekte für jeden einzelnen Tag angeschaut, ausgewertet und gedeutet und auf dieser Basis haben wir den Tagen die Stimmungsfarben zugeordnet. Die Tage, die im Kalender in Silbergrau erscheinen, haben eine neutrale Grundstimmung. Hier in der Legende könnt ihr nachlesen, welche Farben den Tagesstimmungen zugeordnet sind. Goldgelb steht für Zuversicht und Optimismus, Pink für liebevolle Atmosphäre, Rot heißt Vorsicht, Spannung liegt in der Luft, Violett steht für spirituelle Empfänglichkeit, Türkis bedeutet, dass es ein guter Tag für Wellness und Entspannung ist und Dunkelblau steht für leistungsstarke und erfolgreiche Tage. Und dann haben wir hier noch eine ganz wichtige Info dargestellt. Wenn die Tage einen hellgelb leuchtenden Rand haben, bedeutet das, Vorsicht, jetzt ist der Merkur rückläufig. Das heißt, ihr habt bei diesem Kalender die Rückläufigkeitsphasen des Merkurs immer automatisch im Blick. Wichtig für alle, die im Einklang mit den kosmischen Energien leben möchten, sind natürlich die Mondphasen. Die haben wir mit den Mondsymbolen im Kalendarium eingezeichnet und in der Legende zum Nachschlagen aufgelistet. Da seht ihr den Vollmond, Abnehmendenmond, Neumond und Zunehmendenmond und so sind sie dann auch im Kalendarium dargestellt. Die wichtigen Sonnenwendpunkte, also Frühjahrstag und Nachtgleiche, Sommersonnenwende, Herbsttag und Nachtgleiche und Wintersonnenwende haben wir auch eingetragen, ebenso die Sonnen- und Mondfinsternisse. Ihr findet in dem Kalender aber auch die ganz normalen Fest- und Feiertage wie Ostern und Weihnachten und natürlich auch Beltane, die Walpurgisnacht und Samhain bzw. Halloween. Von großer Bedeutung ist auch, durch welches Tierkreiszeichen der Mond gerade wandert und wann er ins Nächste wechselt. Das passiert rund alle zweieinhalb Tage und bringt jedes Mal einen Wechsel der Energien mit sich. Die Bedeutung der Mondzeichen habe ich in der Legende in Stichworten aufgeführt. Zum Beispiel, wenn der Mond durch den Stier wandert. Plus, also positiv. Genuss, Sinnlichkeit, gemeinsam kochen, Wellness, Wertschätzung geben und empfangen, Gärtnern und Erlebnisse in der Natur. Minus, also negativ. Trägheit, Bequemlichkeit, Neigung zum Naschen. Oder, wenn der Mond durch den Skorpion wandert. Positiv, Erotik und Leidenschaft, tiefschürfende Gespräche, Blick hinter die Kulissen, Geheimnisse ergründen. Negativ, Neigung zum Misstrauen und Eifersucht. Verschlossenheit gegenüber Bitten um Hilfe. Und so könnt ihr die Energien aller zwölf Mondzeichen auf der Rückseite des Kalenders jederzeit nochmal nachlesen. Ganz wichtig ist natürlich auch, welches Sternzeichen gerade in Kraft ist. Die Wechsel der Sternzeichen haben wir deshalb besonders hervorgehoben und auch einen kleinen Motto-Text dazu geschrieben. Nehmen wir den Widder. Der beginnt am 20. März um 10.37 Uhr und das ist dann auch der Moment der Frühjahrstag- und Nachtgleiche, was wir auch verzeichnet haben. Außerdem steht auch dabei, wie lange der Widder gültig ist, nämlich bis zum 19. April. Das Ganze haben wir mit einer strahlenden Sonne, dem Symbol und dem Sternbild Widder illustriert. Unten steht auch der Motto-Text für die Widderzeit. Schwung und Durchsetzungskraft werden aktiviert. Eine Anmerkung noch zu den Daten, wann jedes Zeichen beginnt und wie lange es dauert. Die Sternzeichen-Daten weichen jedes Jahr ein bisschen ab, um bis zu 24 Stunden. Das liegt daran, dass wir alle vier Jahre einen Schalttag in den Kalender einfügen. Warum das so ist und woher sich die Sternzeichen-Daten genau ableiten, erkläre ich euch in diesem Video. Weitere Infos, die wir in dem Kalender berücksichtigt haben, sind die wichtigsten Aspekte und Zeichenwechsel der Planeten. Wann ein Planet ins nächste Tierkreiszeichen wandert, haben wir unter Verwendung der Planetensymbole im Kalendarium abgebildet. Und die wichtigsten Aspekte findet ihr jeweils oben in der Motivseite für den Monat beschrieben. Wir schauen uns das jetzt mal am Beispiel des Februars näher an. Das Motivbild zeigt Saturn und Uranus, die den Hauptaspekt des Jahres bilden. Unter Konstellationen des Monats findet ihr diesen Aspekt und auch andere wichtige astrologische Ereignisse beschrieben, und zwar jeweils chronologisch. Im Februar geht es los mit 1. bis 25. Februar, Venus im Wassermann. Freundschaft und Liebe gehen Hand in Hand. Dann folgen die Stichworte zu dem Spannungsaspekt zwischen Saturn und Uranus. Am 21. Februar haben wir grünes Licht für den Abschluss von Verträgen vermerkt, weil dann der Merkur wieder direktläufig wird. Und ihr findet auch den Übergang der Venus in die Fische am 25. Februar mit der Kurzdeutung romantische und empathische Stimmung in Liebesbeziehungen. Auf diese Weise haben wir in jedem Monat vier bis fünf besonders wichtige Aspekte dargestellt. Im Kalendarium für den Februar seht ihr erst mal auf einen Blick an den gelb umrahmten Tageskästchen, dass der Merkur rückläufig ist, und zwar bis zum 20. Am 1. Februar haben wir den Wechsel der Venus bildlich dargestellt, nämlich hier mit dem Planetensymbol für die Venus. Und dann steht da 15.05 Uhr, das ist die genaue Zeit, wann die Venus in den Wassermann eintritt. Am gleichen Tag, um 12.25 Uhr, wechselt der Mond in die Waage, und das haben wir oben textlich vermerkt. Und im unteren Drittel des Kästchens findet ihr, wie jeden Tag, das Motto zur Tagesstimmung. Bei Mond in der Waage ist das hier zum Beispiel Partnerschaftsthemen ansprechen. Gut, um jemanden um etwas zu bitten. Auch am nächsten Tag finden wir Waagethemen, nämlich günstig für Schönheitstermine und Shopping, Verwöhntermine machen. Und außerdem sind beides auch gute Tage für die Liebe, das seht ihr an der Farbe Pink. Am 3. Februar steht oben 15.14 Uhr, Mondeintrittskorpion, und die Farbe des Tages ist rot. Das ist dann eher spannungsgeladen. Am 4. seht ihr das Symbol des abnehmenden Mondviertels. Es wird exakt um 18.37 Uhr und findet im Zeichenskorpion statt. Wir springen weiter auf den Neumond am 11. Februar. Den Neumond erkennt ihr immer an dem schwarzen Mondsymbol. In der Beschriftung findet ihr auch die genaue Zeit und das Zeichen des exakten Neumonds, in diesem Fall um 20.06 Uhr im Wassermann. Die Tagesstimmung ist goldgelb, also optimistisch und zukunftsgerichtet. Unten im Text findet ihr das Motto zu diesem Neumond. Zukunftspläne nehmen Gestalt an, sollten jedoch innerlich noch reifen, bis Merkur wieder direktläufig ist. Dann haben wir natürlich wie jeden Monat einen Sternzeichenwechsel, nämlich am 18. Februar. Dann wandert die Sonne ins Zeichen Fische und da steht dann auch die genaue Uhrzeit. 11.44 Uhr und wie lange das Zeichen Fische gültig ist, nämlich bis zum 20. März. Das Motto für die Fischezeit ist, Intuition und Fantasie werden gestärkt. Außerdem ist es auch ein Tag mit violetter Tagesstimmung, also spiritueller Empfänglichkeit. Und dazu findet ihr die Stichworte Mitgefühl, Unterstützung schwächerer, Meditation und Spirituelles. Und so sieht ein Vollmond im Kalender aus. Am 27. Februar ist das Vollmondsymbol eingezeichnet und dazu die Information, dass der Vollmond um 9.17 Uhr im Zeichen Jungfrau stattfindet. Das ist ein produktiver Tag, also dunkelblau und im Text der Hinweis, passend zur Energie des Mondes in der ordnungsliebenden Jungfrau. Nicht mehr benötigtes Aussortieren, Platz für Neues schaffen. Ihr habt nun am Beispiel des Monats Februar gesehen, was ihr im Kalender alles für Informationen findet und in dieser Art haben wir auch die übrigen Monate gestaltet. Soweit also meine Gebrauchsanweisung für den Antonias Sterne-Kalender. Ich hoffe, ihr habt viel Freude an den täglichen Inspirationen und der Gestaltung dieses Jahresbegleiters. Der Kalender ist gedacht für euch alle, unabhängig davon, welches Sternzeichen ihr seid. Er ergänzt sich wunderbar mit unserem Jahrbuch, dem großen Jahreshoroskop. Wenn ihr den Kalender an der Wand hängen habt, könnt ihr immer gucken, was tagesaktuell los ist mit den wichtigen Mondphasen und Tipps für die Gestaltung des Alltags. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Konstellationen sich für euer Sternzeichen auswirken, und zwar psychologisch, in Beziehungen, im Job oder auf die Gesundheit, dann könnt ihr das ausführlich im Jahrbuch nachlesen. Bestellen könnt ihr den Kalender wie auch das Buch über meine Homepage auf der Bücherseite und ich verlinke euch das hier in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Zum Schluss möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die mich bei der Realisierung dieses Kalenders unterstützt haben. Tina Vandenberg, die mich den Kollegen vom Verlag vorgestellt hat. Ulrike Rhein-Hamburger vom Hehl-Verlag, die uns als Redakteurin und bei der Bildauswahl wunderbar kreativ unterstützt hat. Daniela Tawid, Leiterin des Astrologiezentrums Heilbronn, für ihre Hilfe bei der Auswertung der Mondaspekte. Und mein besonderer Dank geht an meine Grafikfee Lara Baum für die künstlerische Gestaltung der wundervollen Monatsbilder und des Kalendariums. Ergänzend zum Kalender möchte ich euch noch meinen Beitrag Der Kalender und die Sternzeichen, so passen sie zusammen, ans Herz legen. Ich freue mich auch sehr über ein Kanalabo von euch und wenn ihr die Benachrichtigungsfunktion aktiviert, erfahrt ihr immer, wann ich neue Videos hochlade. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.